Und da sind wir auch schon wieder in Cents War 4! Im Koop-Modus mit dabei ist der Dominik. Mit dabei ist der Einhorn! Ich wusste es auch. Ja, sorry. Das sind ja ganz kleine LEDs. Ich bin ein Shitstorm. Das sieht so scheiß aus. Ich bin ein Weihnachtsbaum und leuchte. Komm, wollen wir das überspringen, bitte? Nein, das muss alles klar sein. Der Typ ist so hässlich. Das bist du. Oh, da hab ich ein Gebein. Das ist Patrick. Schöne Grüße nebenbei. Ja. Ja, eh, 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 muss ich jetzt nehmen. Außer dich. Nicht böse gemeint, aber... Schöne Grüße nebenbei noch an Karl. Ja, guck mal, der kann Lego bauen. Karl gebettelt auch immer so um Lollpunkte. Äh, Alter. Ja, ja, ja. Ich hab auch gut. Ähm... Du willst das. Du kannst nicht schießen. Hey, ich hab... Deine Haare gefärbt. Hä, wirken. Hattet sich irgendwie pedofil an, du gehörst mir, gell? Hat der was gegen mich oder nur gegen dich? Gegen uns. Ich find die Brille voll hässlich. Von mir aber. gegen Brüllen also aber die Brille sieht wirklich nicht schön aus n und manchen Menschen stehen stehen der Brüllen auf jeden Fall all was für scheiß ich habe mir steht also jetzt hier in dem Spiel die keine und auch wird die erste Folge wo wir doch die den in den Gehmer Song dazu überspringen mussten gern mit dem singen da hätten wir deine Schwester gebraucht nein so anderes Thema und irgendwie sehen die Leute so aus wie heißt das neue Horrorspiel in dem Raumschiff wie heißt ich komme gerade nicht auf den Namen The Evil Within nein das andere in dem Raumschiff mit dieser komischen Destiny Kreatur Destiny ich weiß es Ach ja ihr wisst es bestimmt und ich komme gerade vor nicht auf den Namen ich werde mich alle auslachen haha witzig ein angenehmen Tag geschafft ein angenehmer Tag ein angenehmer Tag ja Robert reich wird es gibt keine Pfannkuchen die 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 bitte aber aber es ist ein bisschen komisch aus aber ich bin voll auf Bunker Klatsch Alter meine Rücken in meinem Arsch was tut oh ey guckain wie auch aber genau wir müssen uns eigene Stimme überlegen weil ich fand auch egal toll ich nicht so weh aber ich bin schon auf den Brücken ja komm ich bin ich da nicht schlafen ey guck oh ey 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 die rennt weg oder ich hau ihn trotzdem noch kaputt Alter ey tut du ey du guck mich dran oh gut das Auto wie ist es so ey lass mich wissen nein du gehst in dein eigenes Auto oder doch komm steig ein mach dich fertig nee ich bin zu spät Bam ah jetzt haben wir das gleiche Auto ist auch langweilig wiii ja ich drücke Tabulator aha aha geht zur Karte ich bin so auf die Karte gegangen wo ist die Karte da ist die Karte mhm 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 ja aha okay alles klar ja wir müssen das markieren mit der rechte Maustasse alles ganz easy hab ich auch gemacht ähm müssen wir uns jetzt Waffen holen oder was warte mal warte mal oh hier steht ein ganz netter Typ rum naja jetzt ist unser Auto auf einmal überschnell guck mal der hier naja du hihihi komm steig mal aus was ist mit dem guck dir den doch an oh sorry jetzt treu ich ihn mir an oh ja der ist freundlich der ist freundlich wir kommen lass ihn treten lass ihn treten oh ein pinkes Auto oh 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 meins meins nein es ist meins jungen das ist meins geht's ja okay lass mich aber auch mit einsteigen bitte naja alles klar ja ne ich nehme den Mini komm ne warte komm ich mach' noch nicht nee steige ein kommst du gleich ein das ist voll witzig steige ein steige ein ob er ist der ist voll schnell und flitzig nein ich will den hier der ist viel cooler ok ich fahr schon mal hin boah was hat der was hat der so ein dreihartiger das ist wirklich ab bleib stehen meins halt da wie du mich grad weg ist Uncle nein meins 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 ja ok ok das ist ziemlichależ wo fass ich hierhin Dale ich schnall ich fass hier in den hinteren guck maión schnell und ich fass dir in den Hintern da ist ein Sportwagen ich will das Ding weiterfahren, das ist voll cool komm steck auf, steck auf, das ist voll cool der ist nicht so schnell wie meins und nicht so wendig alles klar, dann hol mich doch mein Motorrad sich schon voll demoliert, aber egal dann hol mich doch ok, Daniel ist doch schneller alter, ich hab grad gesehen wie ich hier Autos weggesetzt hab also der spielt schon geil im Koop, ne das ist eigentlich das sehr geilste Spiel im Koop ich warte mal hier auf dich ich wollte einparken ich hab mich festgefahren auf den Pinnippi oh jetzt ist er weg, ist es vorhin alles klar dann weiterfahren, tschö haben gedacht, du bist ja schon so nah du wolltest zeigen, dass du schneller bist dann zeig mal Geisterfahrer ich komm rüber ich komm rüber aber wendiger und cooler hast du das gesehen? ja alter ist das weit weg aua aber im Koop macht die Spiele noch viel mehr Spaß boah das ist so dämlich das Spiel einfach nur aber geil und ich fand die falsch richtig alter wie ich einen weggesnackt hab hilfe nicht über den Kiefer das war die Gehaltung ist es das ganze mal mit okay nur okay um ja muss ich laufen ach stimmt ich sehe ich auf der Karte das ist praktisch und mein Weg ist aber ich Geld und schon zu gehen und das Auto das einsteigen ist auch ziemlich geil müssen wir uns jetzt auf dem Röder ich warte auf den Schopf aber dann kriegen wir mal was anderes also wie ich von Häusern runterspring mit dem Bike Alter Burnout ist richtig geil drück mal länger Leertaste wenn du stehst mit meinem Bike ist das furchtgeil Alter man schlittert so dermaßen geil wo bin ich denn jetzt und in der nächsten Runde zeigen wir euch dann wie wir uns Waffen besorgen Incense WoW 4 im kooperativen Spielmodus bis dahin verabschiedet mich schreibt in die Kommentare ob euch das Spiel gefällt ob euch das Spiel nicht gefällt wenn euch das Spiel nicht gefällt dann schreibt auch in die Kamera warum es euch nicht gefällt und zwar eine zehnseitige Begründung bis dahin tschau 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 tschau